Jetzt möchte ich Ihnen gerne unsere Leger Master Flipbox vorstellen. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie kommen in einen Konferenzraum und alles, was Sie sehen, ist diese Oberfläche. Wir reduzieren also das, was Sie von Ihrem PC her kennen, auf sechs Button, die sofort zur Verfügung stehen. Wir können also hier klar hergehen und sagen, wir erstellen unser digitales Flipchart mit unseren Informationen, so wie wir die im Meeting besprechen, können Sie direkt aus der Software abspeichern, per E-Mail versenden oder externen Leuten einfach zugänglich machen, indem wir sie ausdrucken. Wir können über die Software ins Internet gehen, können Daten von einem angesteckten USB-Stick holen und zusätzlich aber auch auf Netzwerkstrukturen Ihrer internen Infrastruktur zugreifen, um Präsentationen, die Sie am Arbeitsplatz schon vorbereitet haben, direkt über die Software zu öffnen. Kabellose Bildübertragung machen wir ebenfalls über diese Software möglich und können hier alle Endgeräte, die Sie so kennen, mit einbeziehen. Voraussetzung ist, dass man sich im selben Netzwerk befindet. Anwendungen, die Ihnen jetzt hier fehlen, wie zum Beispiel PowerPoint, Excel oder Word, lassen sich auch direkt über die Software starten und sind somit sofort im Zugriff. Und wenn Sie den Konferenzraum wieder verlassen nach Ihrem Meeting, reicht ein Klick und alle Daten sind wieder auf dem Urzustand und komplett zurückgesetzt. Bildübertragung 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 Vielen Dank.